Ich hätte mit den Quicktime-Events ein bisschen besser rüberkommen können, aber nein. Das Spiel macht mir einen Strich über die Rechnung, dass die Quicktime-Events nicht klappen. Ja. Ist jetzt so passiert. So, ich bin jetzt mal ein bisschen steiner unterwegs hier. Also wir müssen auf jeden Fall Silas finden. Also war sie hier. Ja, anscheinend war sie wirklich hier. Aber ob sie die Cap überhaupt anhatte, weiß ich auch nicht mehr. Also das ist wirklich ganz schön komisch hier gerade. Mal ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir jetzt ans Ufer schwimmen, ist er halt, glaube ich, wenn er sehr gefährdet. Und hier auf der Insel kann ihm halt nichts passieren. Ich glaube, dass Laura... Ich bleibe. Da kann ihm nichts passieren. Da kann ihm nichts passieren, glaube ich. Ich hoffe doch. Also ich habe nichts Schlimmes gesehen. Also sonst hätte sich Emma auch schon schnell verwandelt. Wahrscheinlich. Aber ich sage es jetzt mal so, dass Max da sicher ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay. Gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Glaubst du? Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gibt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser. Schon vergessen? Klar. Klar. Oh. Wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Nein. Okay. Wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll. Okay. Okay. Wir brauchen mehr Überblick. Komm. Oh Gott. Sie hätte wirklich das sagen. Okay. Let's go. Ah, jetzt spielen wir sie. Ich liebe es. Okay. Aber bitte. Bitte. Ich möchte auch sie richtig gut spielen. Und nicht so abgespackt hier. Ist hier was? Ist hier eine Karte? Ne. Ich glaube, es gibt keine Karten mehr, oder? Ich gucke mal kurz. Einige Karten gibt es noch. Okay, das könnte Silas sein. Das muss eigentlich schon... Das muss Silas eigentlich sein. Aber jetzt haben wir umsonst Chris umgebracht. So, das haben wir ja verhindert. Verhindert. Das haben wir verhindert. Okay. Alles klar. Dann haben wir schon mal eine gute Sache. Und viel... Wahrscheinlich haben wir... Scheiße. Wir haben Chris ge... Aber Chris müsste... Ja, Chris müsste ja jetzt auch... Äh... Jetzt. Oder es kann sein, dass es Chris ist. Oh mein Gott. Oder? Nein, es kann ja nicht... Nein, nicht Chris. Ähm... Ryan. Ne, Ryan kann es aber auch nicht sein, weil sie wurde ja halt von Laura gebissen. Und kannst mir halt sonst was erklären. Ich mach's mal zu. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist nicht. Warte mal. Warte mal. Ah. Ah, Moment. Warte mal. Nein, oder? Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach weiter. Ich hab keinen Plan. So, hier liegt was auf dem Boden. Okay, das interessiert dich. Null. Null. Okay, checken, dass die Tür zu ist, kann man auch nicht. In Ordnung. Ja, warum nicht? Oh, Leute. Nee, 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 nee. Kann ja sein, dass da was ist. Okay, doch nicht. Ja, sorry, Leute. Aber bei euch ist es auch gerade nicht so schlimm, weil, also bei euch ist es auch gerade nicht so scheiße. Äh, bei euch ist es auch gerade voll scheiße. wie bei mir gerade. Ich hab, ich spiel gerade mit 27 FPS und das ist halt nicht so schön. Ja, der... Drain? Drain? Nee, nee. Wie heißt der Mann? Ich hab keinen Plan. Keine Ahnung, aber er schickt mich jetzt auch gerade irgendwo hin, obwohl ich mich nicht noch, äh, äh, umgucken möchte. Ich glaub, er möchte, dass ich in oben gehe, aber... Gleich. Jetzt entdecke ich das, glaube ich, auch mit ihr hier. Aber ich glaube, wir können ihn da hinlocken. Warum hat sie da jetzt reingeschaut? Oh mein Gott, ich werde im zweiten Run, ganz ehrlich, weil jetzt halt so viele gestorben sind, ende ich das jetzt. Ich werde alle beim zweiten Run retten und dann beim dritten Run alle sterben lassen. Hahaha. Hm. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Äh, Chris Haggit bittet... Achso. Nee, doch. Chris Haggit bittet die Eltern der Camp um zusätzliche Spenden für die Renovierungsarbeiten an der Lodge. Sind dafür nicht die Camp-Büren vorgesehen? Wofür sollte das Geld sonst aufgegeben werden? Hm. Kann ich das nochmal kurz angucken? So. Liebe Eltern von Erziehungsberechtigte... Achso, Beziehung und Beziehung, okay. Als meine Mutter von meinem Vater 1953 das Sommercamp in Hackett Square gegründet war, äh, ist eine Vision. Ein Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land der wahren Wunde der Natur leben können. Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute vorzuführen. Die Lodge des Camps besteht, äh, seit wir unsere Tore geöffnet haben. Doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge, äh, selbst, äh, sind nur in Gefahr. Dass sich laut Statistikagutachten herausstellten, dass das gute Mauerwerk des, äh, Schornsteins dringend ausgeseitigt werden muss. Keine Sorge, ihre Kinder drohen hierdurch keinerlei... Keinerlei was? Äh, Gefahr. Leider müssen sie ihre jedoch mitteilen, dass wir, äh, ab dem nächsten Jahr die Teilnahmegebühren um 5% pro Person erhöhen müssen. Wenn die, äh, Zeit, wenn die Zeiten naht werden, denke ich an das Motto unseres Camps. Was, äh, dich nicht umbringen, macht dich noch stärker. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Hackett Square gemeinsam stärker je, denn je machen können. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin die Bühne, äh, Treue... Warum Bühne? Die Treue halten. Mit Kreunchen grüßen Chris Hackett, der tot ist. So, ähm, okay. Weiter geht's. Weiter steht's, weiter geht's. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Aber hier sind anscheinend die Camp-Betreuer am Schlafen, oder? Okay, es scheint einfach nix weiterzugehen hier. Vielen Dank. Endlich, endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich. Wer? Äh, der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Ages Bruder, vielleicht? Klar, klar. Willst du es nicht mitnehmen? Hackett, Bobby... Ah. Katholisch. Oh Mann, aber willst du es nicht mitnehmen? Wer nicht. So, warte, 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 warte. Uuuuh. Ach du, Jiminy. Das ist noch ein schönes Foto. Oh, hier haben wir uns versteckt, Mann. Guck mal, hier standen wir und man hat uns nicht gesehen. Das ist immer noch so richtig phänomenal. So, hier müssen wir jetzt rein, ja. Ach, wir konnten die Kitschen mal basteln und so. Ist ja auch schön. Oh, ich hab basteln so geliebt, ne. Auch wenn meine Pfoten denn voller Kleber und das alles drum waren. Ach, Hallöchen, Chantal. Äh. Ja, mein Gott, okay, tut mir leid. Ich hab eine beste Freundin, die gleich schon teilen, aber... Äh. Ja. Lassen wir das mal. Naja, eben nicht. Eben nicht. Ich wusste doch, dass es ein Schaf ist. Ich wusste es. Äh, nein. Hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Mhm. Wie blöd. Ja, es ist echt blöd, ne. Der hatte wohl Chris Hackett Hunger. Okay, jetzt sind wir ganz oben angelangt. Er erinnert mich an Mr. H. Stiches dämliche Ansagen. Wow. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Wo ist denn Pistin da vorne? Hätte ich das jetzt nicht nehmen sollen? Ach, scheiße. Egal. Ähm... Ja. Bin ich jetzt ganz schön scheiße. Wo hab ich das Emblem gesehen? Schmuck, der sich im Handgemenge gelöst hat. Die Inschrift verrät, dass das Stück Bobby Hackett gehört. Aber war er hier oben? Ähm... Ah, hier. In der Not... Ach so, das ist die Notiz. Okay, dieses geritzelte, äh, Bitte, etwas nicht in die Bücher reinzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Sekt. In der Notiz geht es um Max Wagen. Travis wollte nicht das, äh, davon, was in der... in den Büchern steht. Falls jemand nach Ihnen suchen sollte. Okay. Äh, die Hacketts haben die Tiere der Werwolfbisse über... überlebten, sie mit Silber getötet. Niemand weiß, was eine Infektion bei einem nicht, äh, menschlichen Wesen bewirkt. Die Hacketts wollten es offenbar auch gar nicht erfahren. So, äh, ein Andenken an das verstorbene Camp, äh, Maskottchen, äh, Ian, äh, der Zeichnung nach zu urteilen war, äh, Ian, ein Schaf. Doch niemand durfte ihn dieses Jahr kennenlernen. Die Camper haben nicht gewusst, dass Chris, äh, das Camp Maskottchen tötet... was? Die Camper haben nicht gewusst, dass Chris das Camp Maskottchen getötet und gefressen hat. Achso, eigentlich haben sie kaum etwas über Camplighter Chris Hackett gewusst. Aha. Interessant. Was ist das? Ein Ring. Mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Nimm ihn doch einfach an. Nimm ihn doch einfach an. Oder kann ich das nicht? Nein, kann ich nicht. Okay. Was ist das? Bildkameraaufnahmen. Oh, oh, oh. Lass das mal mitnehmen. Ja, let's go, man. Ja, äh, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht. Sorry. Äh, sechs Jahre alte Aktivaufnahmen der Wildkameraden der Hacketts, äh, Wäldern. Okay, Farben neun von zehn. Das ist leider uns entgangen, aber... Naja. Oh, oh, oh. Sorry. Sorry, sorry. Okay, so. Ist hier noch irgendwas? Alter, Spiegel, beruhig dich. Bitte. Kannst dich bitte beruhigen, wenn Quick-Time-Events kommen. Danke. Okay, das wird wahrscheinlich auch jetzt nicht so sein, oder? Kann ich hier rausgucken? Nee. Hm. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nochmal ganz nach unten gehen, weil... Hier geht auch nach unten. Okay. Ja, ich glaube, er schickt uns jetzt hier irgendwo noch hin, oder so. Weil da ist ja auch nichts mehr. Wie lange ist der Typ schon hier? Dieses große und überhebliche Öl-Gemälde von Septimus Hackett zerrt der Kamin der Lodge. Was ist das denn? Was kenne ich ja gar nicht. Der Besitz eines Steinbrustarbeiters, den er in den Tunneln zurückließ, die schriftliche Ankündigung der Zwangsverstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass es in den 1930er Jahren passierte. Äh, Septimus... Septimus Hackett, äh, war das Oberhaupt der Familie, als die Hacketts in Not geriefen. Er war es, der damals den Entschluss fasste, den Steinbruch stillzulegen. Mhm. Also das ist ja interessant hier alles. Oh, da ist es ja. Ian war ein Schaf, das Camp-Maskottchen. Jemand hat ihn unter... ... im Sturmkeller geschlachtet. In der Nacht, in der Laura und Max entführt wurden, hat Chris Hackett das Camp-Maskottchen getötet. Er hat sich im Sturmkeller versteckt und Ian gefressen, um ihn seinen Hunger zu stillen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Äh, das ist was, das ist was, das ist was hier. Oh mein Gott, Leute. Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Öl-Porträt von mir. Ich schaue weiter. Ich schaue weiter. Ich schaue weiter, weil, ähm, wir ja noch nicht bei Chris waren. Im, äh, Dings, wisst ihr? Deswegen, ich gucke nochmal nach unten. Wir waren ja noch nicht im Büro bei ihm. Also unten waren wir noch nicht überall. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo nochmal sein scheiß, äh, Büro war. Ich glaube, es war da hinten, ne? Aber hier können wir auch nicht hin. Das ist ja komisch. Wieso können wir da nicht rein? Okay, das Spiel will mich irgendwie verarschen. Also ich hätte schon irgendwie gerne, äh, nochmal bei Chris reingehen sollen. Aber wenn es jetzt so ist, dann machen wir jetzt nochmal weiter. So, let's go. So, sorry. Ich muss mich auch nicht hinsetzen. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hacketeer. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Okay, ich bereite mich vor. Los komm, Bitch! Showtime, Motherfucker. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Oh, holy shit. Ich bin hier. Genau wie Quater. because dem Cher к Gurion aus. Vielen Dank.